Energie. Heute ist ein guter Tag, jawohl. Heute werden Sie Ihre Wohnung auf Vordermann bringen. Sie hatten so viele Plusstunden angesammelt auf Ihrem Gleitzeitkonto und haben heute einen freien Tag, mitten in der Woche. Genial. Obendrein haben Sie gute Laune und krempeln geistig schon beim Weckerrasseln die Ärmel hoch. Sie wird alles erledigen werden. Ein halber Zentner Altpapier wird in der Tonne verschwinden. Sie werden Staub saugen und die ganze Wohnung feucht durchwischen mit der neuen Sorte Allzweckreiniger mit Frühlingsduft, der 99 Prozent aller Bakterien beseitigt. Das Treppenhaus machen Sie auch gleich mit. Ist ja nur ein Kuchenblech. Das geht doch ratzfatz. Sämtliche Fenster werden Sie putzen nach Hausfrauenart mit Spiritus und Zeitungspapier. Jawohl. Sie werden nur wie ein Vögelchen essen und morgen eineinhalb Kilo leichter sein und durch den Tag schweben, in der Gewissheit eine wunderbar aufgeräumte, duftende Wohnung Ihr eigen zu nennen. Nach den ersten zwei Tassen Kaffee und der Morgenlektüre wollen Sie anfangen. Aber vorher noch schnell die Mails checken. Dabei fällt Ihnen ein, dass Sie ja schon lange mal nach dieser interessanten Website dieses alternativen Möbelherstellers schauen wollten. Nur ganz kurz. Das Telefon klingelt. Die Nummer kennen Sie nicht. Da der Rechner noch angeschaltet ist, schauen Sie in der Rückwärtssuche, wer das gewesen sein könnte. Leider konnte unter dieser Nummer kein Eintrag gefunden werden. Hm. Er ist bloß wahr. So. Jetzt aber los. Sie rauchen erst noch eine und dann fangen Sie aber an. Mit Staubsaugen. Die großen Krümel und heruntergefallenen Blüten Ihres Wald- und Wiesenstraußes vom Spaziergang am Wochenende bleiben trotz ausgiebigen mehrmaligen Darübersaugens liegen. Der Staubsaugerbeutel ist berstend voll. Wo hatten Sie doch gleich die Staubsaugerbeutel? Gott sei Dank, einer ist noch da. Während des Austauschs gehen Sie an Hustenabfall und eine nicht unbeträchtliche Menge an dicken Flusen und Staub verteilt sich auf dem Teppich. Irgendwie saugt der Sauger trotz Bestückung mit frischem Beutel nicht so recht. Das kommt auch auf die Agenda. Beim nächsten Gehalt schaffen Sie sich ein für alle Mal ein vernünftiges Gerät an. Sie arbeiten sich nach und nach durch die Wohnung und jetzt haben Sie schon zum dritten Mal beim Nachziehen des Saugers eben selben an den Knöchel bekommen. Sie verdrängen die anflutenden Gedanken, dass Sie Staubsaugen hassen. Ja, Sie hassen es wie die Pest. Deshalb haben Sie es ja auch wieder so lange vor sich hergeschoben. Der Sauger liegt jetzt brüllend auf dem Rücken und die heiße, ausströmende Luft zischt an Ihr nacktes Bein. Nur noch die Ecke da hinten und dann haben Sie es. Sie zerren an dem Gerät wie an Hundehalter an der Leine seines unwilligen Pitbull. Das Kabel ist zum Zerbersten gespannt. Für den halben Quadratmeter müssen Sie jetzt das Kabel in eine näher liegende Steckdose stecken. Dabei stolpern Sie über Ihre Kurzhanteln. So langsam verdüstert sich Ihre Stimmung. Ade, gute Laune. Jetzt erst mal ein Päuschen. Man soll ja alles immer ganz entspannt und mit Bedacht tun. Es ist ja erst viertel vor elf. Sie könnten eigentlich schnell mal auf NTV schauen, wie sich die Lage in den Hochwassergebieten entwickelt hat. Mist, schon halb eins. Es klingelt an der Tür. Bingling. Paket für Frau Koballa. Sie quittieren für Ihre Nachbarin und schleppen ein Monstrum von Paket in den Hausflur. Als Sie gerade dabei sind, das frühlingsfrische Putzwasser vorzubereiten und den Wischmob, der sich mit dem Saugrohr des Staubsaugers verheddert hat, aus der Ecke zerren, klingelt es schon wieder. Guten Tag. Wir sind vom Tierschutzverein Gnadenhof und wollten um eine Spende bitten. Sie sagen der Haussprechanlage, nein, danke, und knallen den Hörer in die Verankerung. Ihre Standardantwort, ob Halloween oder Zeugen Jehovas. Wo waren Sie gerade? Ach ja, feucht durchwischen. Verdammter Mist, schon ein Uhr. Geschafft. Mit dem Putzwasser haben Sie auch noch schnell den Trockenraum im Keller geputzt. Jetzt noch schnell das Badezimmer. Ihnen steht schon seicht der Schweiß auf Stirn und schläfen. Bevor die Scheuermilch zum Einsatz kommt, bemerken Sie, dass Ihre Grünpflanzen auch mal wieder abgeduscht werden könnten. Dann lohnt sich das Schrubben der Badewanne doppelt. Jetzt schnell noch die Blumenerde klumpen und abgefallenen Blätter aus dem Siphon fummeln und dann kann's losgehen. Nein, 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 Sie haben keine schlechte Laune. Der brutale Chlorbadreineger hat eingewirkt und Sie wollen nun alles fein säuberlich abbrausen und drehen das Wasser auf. Der Brauseschlauch befindet sich noch in seiner vorgesehenen Verankerung über Ihnen. Es ist aber Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass der Zapfen für das Einlassen des Wassers in die Badewanne oder für den Duschkopf genau auf Halbmast steht. Tja, Sie befinden sich mit Putzschwamm und Badreiniger in der Hand vornüber gebeugt über der Badewanne unter dem Duschkopf und das Wasser regnet freundlich aber bestimmt auf Ihren Kopf und Ihren Oberkörper. Als Sie abends übellaunig und völlig K.O. im Bett liegen, nehmen Sie sich ganz fest vor, Ihren nächsten Gleitzeitkonto-Abbautag im Schwimmbad mit Pommes rot-weiß, Eiscreme und einem ausgiebigen Nickerchen zu verbringen und der Aufschieber Rittis Adieu zu sagen. Irgendwann mal. Für mehr Energie. Fürs Leben. Das war eine Geschichte von mir.